Ein sehr großer Anspruch, wie gesagt, schaut mal nach, ob eine Parallelstelle findet ihr jetzt da nicht, aber guckt mal zu Hause nach, es gibt eine Parallelstelle im Predigerbrief und dort heißt es, die Hauptsumme aller ist Liebe aus reinem Herzen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt, der Grund meiner, mich, mir, meiner Person. Bitteschön, Justina, tu das. Und herauszufinden, was ist eigentlich der Mittelpunkt des Glaubens? Was ist der Mittelpunkt meiner Person sein? Welche Ehre ist für Gott tatsächlich eine Ehre? Also es fragt anders, ja, also es ist komisch gefragt, es ist mir klar, ich bin darüber wert. Aber wonach fragen wir? Ja, wonach fragen wir? Bei dieser Musikgeschichte ist es vielleicht mit Gottes Hilfe etwas leichter zu merken, wie Musik ist weg und dann hast du keinen Gott mehr oder dann klappt das nicht mehr mit deinen Gefühlen für Jesus oder was. Aber in meiner Geschichte mit meinem Sohn war es schon für mich etwas Besonderes zu erleben, dass ich nicht mit meinem Recht versuchte, seinem Recht zu helfen, sondern dass es mich durchgeschüttelt hat, weil ich Gott wirklich sagen musste, ich habe deiner Allmächtigkeit nicht vertraut. Ich bin gar nicht in deiner Hand. Ich bin in meiner Hand mit einem Theologieverständnis, aber in mir drin und mein Herz. Du kennst deine Allmächtigkeit nicht, sonst hätte ich ganz ruhig sein können. Und was immer, was ich brauchte, bräuchte, liegt in diesem Gott längst vorbereitet, aber es fehlte mir, weil, und es hat mich dann durchgeschüttelt. Ein sehr großer Anspruch, wie gesagt, schaut mal nach, ob eine Parallelstelle findet ihr jetzt da nicht, aber guckt mal zu Hause nach, es gibt eine Parallelstelle im Predigerbrief und dort heißt es, die Hauptsumme aller ist Liebe aus reinem Herzen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt, der Grund meiner, mich, mir, meiner Person. Bitteschön, Justina tut das.